Was gibt's denn da zu schauten? Klicken, Neuköllner.net, wichtig, zwingend, fertig. Direkt sind sie ja bei Neuköllner.net. Widmen sich Themen wie Gentrifizierung, Jugendkriminalität oder Obdachlosigkeit. Aber natürlich hat Neukölln auch andere Seiten. Über Museen und Kulturveranstaltungen, Sport und Spiel, Restauranttipps und ungewöhnliche Geschäfte berichtet Neuköllner.net ebenso. Klassischer Lokaljournalismus eben. Aber nicht nur. In unterschiedlichen Formaten, mit eigenem, ehrlichen Neuköllner-Stil und einem großen Team Ehrenamtlicher räumt Neuköllner.net mit den Klischees über den Stadtteil auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017